Ja, Hallöchen! So, jetzt wollte ich zu Tietheim gehen, in einem der schönsten Häuser, in einem der ganz berühmten, Sie erinnern sich gestern Abend noch, da war ich schon mal hier, vielleicht haben Sie den Videoclip schon gesehen, alles verschissen, alles schmuddelig. Jetzt bin ich reingegangen, wollte schön zu Tietheim gehen, unhöflich am Empfang. Ja, you have to go up. Okay, ich gehe ab und schaue mir das Tag an, setze mich hin und habe dann einfach folgende Thematik, dass gleich noch drei Leute zusätzlich in meinen Tisch gesetzt werden und das möchte ich einfach nicht zu Tietheim. Es gibt keinen Pianisten, also ich muss sagen, da fehlt es für mich ganz einfach am Ambiente. Klar, Stress, hier haben wir ein Foto gemacht, grosse Arrivé, ganz, ganz, ganz viele Menschen da. Aber ich bin einfach der Meinung, so sollte man einfach nicht mit Kunden umgehen, das fühle ich mich einfach sehr, sehr unfro. Ich habe also immer, ohne jetzt hier einen Namen zu nennen, das so gemacht, das absolut Hammerkette, absolut cooles Hotel mit High Level. Muss aber sagen, dass ich jetzt wirklich sehr enttäuscht bin. Aber es passt vielleicht auch zum Himmel hier, es fängt jetzt an zu schneien, der Himmel weint. Naja, ich stelle mich halt einfach vor und so im Haus, dass man super tollen Service macht und auch nicht, dass der Kellner dann sofort neben einem steht und so wartet nach dem Motto, ja, was ist jetzt? Und dann kommt er dann auf die Idee und ja, ich lasse ihm ein paar Minuten Zeit. Ja, Dankeschön, dass ich mich einfach installieren kann. Viel zu klein auch für die Tietheim auf der Terrasse, also innen drin, das verstehe ich nicht. Die große Halle ist leider nicht involviert, da kann man keine Tietheim machen. Also ich erwarte hier einfach in solchen Häusern, so wie ich es auch von St. Moritz kennt oder sonst wo auf der Welt, schöne Lobby, schöne Tietheim, schön am Pianister-Spiel, wo man einfach die Seele baum entlassen kann. Funktioniert nicht hier, aber ich denke, der Laden wird eh ausgebucht sein jetzt im Ostern, also kommt es letzten Endes nicht darauf an. Das erlebe ich leider sehr, 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 oft in der Hotellerie. Es brummt ganz einfach, wenn man irgendwo einen Namen hat, da muss man sich gar nicht groß bemühen und das finde ich einfach sehr, sehr, sehr schade. Das ist für mich ein absolutes No-Go. Aber es gibt halt einfach auch so Häuser, das sind sogenannte Selbstläufer, aber Frage, wie lange noch, ja? Wann wird sich das ändern? Und ich bin mir ganz, ganz sicher, es wird sich für alle ändern. Viele, viele Top-Hotels sind auch schon in die Knie gegangen, weil irgendwann einfach Kunden ausbleiben, weil irgendwann haben die Kunden einfach die Nase voll. Und das ist für mich jetzt auch hier. Ich wollte hier auch hingehen, ich wollte hier auch mal wohnen, weil ich es einfach toll finde, mit super tollem Ausblick, aber ich muss sagen, nein. Nachdem, was ich gestern gesehen habe, wie das teilweise schmuddelig ist, wie die Fenster nicht gewaschen sind und, 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 wie auch draußen alles verschissen ist, mit Kot, ja, wie heißt es so schön, so wie außen, so innen das gleiche ist oder so wie innen, so außen. Und ich denke, das passt hier irgendwo ein bisschen zusammen. Ja, jetzt, was machen wir jetzt? Jetzt muss ich mal gucken, wo ich zur Tea Time gehe. Ich werde irgendwo in einen Kaffee gehen, mal schauen, wo ich sonst wieder ein Hotel finde, wo ich rein kann zur Tea Time, weil es gehört einfach irgendwo dazu, einfach so diese Celebration. Okay, in diesem Sinne, die besten Grüße für meine Hotel-Tester-Tour. aus Schöveningen in Holland bei Den Haag. Bye, bye, see you.